Dass ihm eure Grasen gemäht werden muss, ne? Hallo? Hier, Zapdos. Zapdos. Das kann man schon etwas besser erkennen als dieses olle Arctos. So. Äh, ja gut, ich hab gespeichert. Habe ich gespeichert? Ja, doch, ich hab gespeichert. Ähm. Deswegen ist das, glaube ich, egal, wenn ich es jetzt töte. Ähm, Shen. Hach. Fick dich, ey. Halt. Okay. Dankeschön. Haaa, das hätte ich empfingig, ich hab gezogen. Boah, Schnabel. Schneidestod. Schönes Tod. Yay. Ja. Äh. Alex? Maybe. Irgendwas muss auch hier mal ein bisschen... Surfer. Ich weiß es nicht. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es ein Drecksdonner-Schock keine Wirkung auf mich. Äh, Rasenmäher. Kannst du nicht noch irgendwas anderes? Boah, Schnabel, stimmt. Okay, orange ist das schon mal. Ich versuch mal grad die Horn-Attacke, wie die abgeht. Oh, die zieht glaub ich ein bisschen mehr ab. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie was zum Heilen hab. Top Genesung. Top Elixier. Ich versuch mal Top Genesung. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Warum sag ich nicht einfach heilen? Fertig. Neee. Boah, ey. Wie oft er angreifen kann, ne? Halt! Spass, Alter. Dave brauch ich jetzt gar nicht anzukommen. Ging daneben. Oh Gott. Mann, ey, das kotzt mich so an. Dieser Drecksrasenmäher draußen, ne? Mein Vater kann auch mal irgendwann anders Rasenmähen. Oh, Dave. Einen Hübertrank hab ich auch noch gehabt. Das hat das Pokémon verfehlt. Das Pokémon verfehlt, ey. Wie kann man so dumm sein? Oh. Rasenmäher. Warum dauert das? Oh. Kann ich das von hier aus neu starten? Nee, ich glaub nicht. Oder muss ich da hingehen? Ah, so. Wie kann man so lange für diese kleine Fläche vor meinem Fenster brauchen, ne? Ich geh da gleich raus und mach das selbst. Ja, 50 Stück kann man. Und wir haben abgespeichert. Sehr schön. Ich geh gleich da raus, ey. Ach genau, ich wollt... Ach, Mist. Shen-tausch. Ich will das Ding einschläfern erst mal. Donnershock. Shen ist tot. Nee, doch nicht. Darf ich denn das Schlafpuder benutzen? Nee, natürlich darf ich es nicht benutzen. Ey, Gott. Ey, geht mir das hier alles auf den Sack. Dankeschön. Wer denn hier guten Schaden gemacht? Obwohl, kann das gut brennen? Hypertrank. Hypertrank. Was mit deinem Donnershock? Mann, dass der immer angreifen darf, ne? Das geht mir so tierisch aufs Ei. Oh, Alex. So. Ja, mach ruhig nur Donnerschock. Nein, nicht Borschnabel. Ha! Okay. Überrang auf Alex. Los. Oh, einmal mach ich noch. Oh, man. Oh, man. Ja, wenigstens. Ja, beim ersten Mal, Alter. Ist das gut? Ich glaube, das ist gut. Ich habe ein Zapdos gefallen. Kann ich hier raus? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Kann ich hier raus? Kann ich hier raus? Ist die Frage. Mein Vater hat übrigens die Hausseite jetzt gewechselt. Deswegen hört man von dem Rasenmäher kaum noch was. Oh, nice. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, ob ich nicht wirklich den, okay, den Meisterball habe habe ich noch. Gut. Dann speichere ich jetzt erstmal. Also wenn ich überlege, wie lange der Etienne dafür gebraucht hat, um das Zapdos zu fangen, war ich sehr schnell. Okay. Ähm. Pokemon. Und zwar... Glas. Und ich glaube hier nach... Da. Safronen-Saf-Dingenskirchen-City. Und da irgendwo... müsse... dieser Typie sein. Ich glaube der war unten irgendwo. Also in dem Dings nach unten. Auf dem Weg nach unten. Oh, aber wir haben es gefangen. Ich habe ein legendäres Pokemon. Das andere habe ich verscheucht. Wir haben jetzt noch ein anderes. Ich weiß aber nicht, wo das ist. So. Ah ne. Moment. Moment. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Ablegen. Ablegen. So. Und da kann ich gerade direkt mal nachgucken. Ähm. Was hier so... Wo sind hier die TMs? Technische Maschinen. Technische Maschinen. Äh. Da. Dann kann ich direkt gucken, was das ist. Muss ich das nicht... ähm... Gucken. Muss ich das nicht... Gucken. Also... Anklicken. VM2. Das war Fliegen. So. TM41. 25. Ist Donnerschlag. 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 Das hört sich so stark an. 75. Ähm. Dann haben wir... TM16. Ist Eissturm. Ist Eissturm. Ist Lagerhäuser. Toll. Was haben wir denn noch? TM33. Eishieb. TM25. Donner. Na gut. Aber warte mal. Ich kann das eine Sonderbombung noch ablegen. Das finde ich auch ein bisschen doof irgendwie. Dass man zwar stacken kann, also so stapeln, aber... Äh. Ne? Wo ist denn hier der Pokémon? Ach stimmt, der war auf der linken Seite irgendwie in der Mitte. Geh weg da. Nehmen wir zu rechts glaube ich. Oder? Dann war der auf der rechten Seite irgendwo oben. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Ja. Hallo. Ne. Ne. Hallo. Verkauf. Und zwar möchte ich verkaufen. Carbon. Top Elixier. Werde ich wahrscheinlich nichts für kriegen. Kriegst du trotzdem. So schön. Warte. 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 Das ist doch voll behindert. Dass... in diesem... PC von mir, in dem Lagersystem, noch nicht mehr Platz genug ist, um alle TMs zu parken. Achso, ich wollte nach unten. Ich könnte mein Buch mal wieder zumachen, ja? So. War das... Ne. Mist, wo war das denn? Oder war das... Das war doch irgendwo auf dem Weg dahin. Ist ja voll sinngemacht. Es war auf jeden Fall auf dem Weg... ...nach da unten. Ich laufe jetzt einfach nochmal den Weg ab. Und... Ich sage hier. Ja. Look, was das hier ist... citica... ...so... ...die sind nicht möglich. Es ist nichts wichtig Sie haben. Es ist nichts eigentlich origine Margrierem für mich oder die Akademik der Fall. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Zum Glück habe ich die schon alle bekämpft, ey. Oder war das hier? Hier war Sackgasse, ne? Ja. Ach ja. Oh! Du schaust so dumm aus, der Wäsche. Warum, glaube ich. Nicht, oder? Egal, auf jeden Fall haben wir gegen ihn noch nicht gekämpft. Warum auch immer. So Lars, dann mach du mal hier irgendwas. Ich trinke noch mal kurz was in der Zeit. Das ist jetzt zwar nicht so effektiv. Aber dafür ist das, was Smogonda macht auch nicht effektiv. Ach Mist, ich hätte da eigentlich Lars raus holen können. Ja, mach mal so einen letzten Pokémon. Ach, Lars. Dave. Weil Dave kann das echt gebrauchen, weil der ist halt mit Abstand der Schwächste. noch eins. Ja, aber ich möchte tauschen gegen Dave. Ah, hier, Stärke. Ja, wunderschön. Zack, Getriebeschaden. Was wollte ich machen? Ach genau, ich wollte die Aufnahme, also die jetzige Aufnahme beenden. Aber nicht die Session. Ja, bis demnächst. Tschüss.